Er ist rund, er ist voll und heute ist er wieder da. Hallo und herzlich willkommen zur Lottoziehung am Mittwoch. Haben Sie es schon bemerkt? Heute ist wieder Vollmond. Also bei mir wirkt sich das immer aus mit verrückten Träumen und einer richtig unruhigen Nacht. Der Aufsichtsbeamte und unser Ziehungsteam hingegen, die sind die Ruhe selbst. Denn die Lottokugeln und Ziehungsgeräte sind bereits überprüft und funktionieren auch bei Vollmond ganz einwandfrei. Wir starten sofort mit der Ziehung. Viel Glück! Alle 49 Kugeln haben den Weg in die Trommel gefunden. Das klappt ja wie im Schlaf. Jetzt wollen wir doch mal schauen, welche Auswirkungen der Vollmond auf unsere heutige Ziehung hat. Hier kommt schon die erste Lottozahl angerollt. Es ist die 15. Unser Erdstrabant hat ja viele Einflüsse auf vielerlei Sachen, zum Beispiel Elbe und Flut oder die Stabilisierung unserer Erdachse. Aber auf unserer leichten Lottokugeln, da hat er nur sehr geringe Einwirkungen. Und die zweite Glückszahl, die 5. Steigen eigentlich die Gewinnchancen bei Vollmond? Ich weiß es nicht so genau, aber wir werden das auf jeden Fall heute verfolgen. Jetzt verfolgen wir erstmal die dritte Glückszahl des Tages. Hier kommt angerollt die 29. Sind Sie abergläubig? Sie wissen ja, bei Vollmond passieren manchmal sehr, sehr merkwürdige Sachen. Vielleicht ziehen wir heute ein komplett skurriles Muster auf den Wottoscheiben. Die vierte Glückszahl, die 21. Nicht nur der Vollmond hat zugenommen, sondern auch unser Jackpot. Der hat richtig zugelegt und ist angewachsen auf rund 11 Millionen Euro. Klar, bei Vollmond machen wir ja keine halben Sachen. Die vorletzte Glückszahl, die 27. Und wenn Sie heute den Jackpot knacken, dann können Sie schon morgen Ihren Chef auf den Mond schießen und das Leben richtig genießen. Dazu fehlt Ihnen diese Zahl, die 48. Im fahlen Mondlicht erstrahlen unsere Zahlen. Ui, Sie merken, mir wird schon richtig poetisch zumute. Also, was fehlt uns jetzt zum großen Lotto-Glück? Selbstverständlich die eine, die Superzahl. Und die ziehen wir sofort. Ziehung frei. Heute haben wir übrigens 12,5 Millionen Euro in der Ausspielung. Und Sie sind sicherlich gespannt auf diese Zahl. Unsere aktuelle Superzahl, die 1. Vielleicht sind Sie jetzt sprachlos und heute Nacht sicherlich schlaflos, wenn Sie jetzt genau diese Zahlen auf Ihrem Lottoschein haben. 5, 15, 21, 27, 29, 48. Die Superzahl, die 1. Und bereits im Vorfeld zu unserer Live-Zuehrung haben wir wie immer die Gewinnzahlen unserer Zusatzlotterien ermittelt. Hier kommen die Zahlen im Spiel 77. Nein, da kommen Sie nicht. Doch, Sie kommen. 1, 3, 4, 5, 2, 0, 8. Und bei der Super 6 gewinnt die 5, 6, 2, 6, 8, 7. Übrigens, der Monat August ist der Monat mit den meisten Sternschnuppen. Wenn es heute mit dem großen Lotto-Glück nicht geklappt haben sollte, vielleicht versuchen Sie folgendes. Sie schicken Ihre Lottozahlen fürs nächste Mal einfach in den Himmel. Denn Sternschnuppen erfüllen bekanntlich Wünsche. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Glück dieser Erde. Die nächste Live-Zuehrung ist am Samstag, 19.25 Uhr. Und alle Gewinnzahlen, Quoten und auch diese Zuehrung finden Sie wie gewohnt auf lotto.de. Ich verabschiede mich von Ihnen. Tschüss und vor allem schlafen Sie gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017